Hey und Willkommen zu einer weiteren Runde Virtual Reality heute zusammen mit Maudado in dem Spiel Rack Room. Bewertet im Part und viel Spaß. Hier sind Haare und die sind dann da in der... Ach, das ist sehr cool. Ja, ich setze die einfach auf. Alter. Nehmen wir mal das da. Ja, das bin ich. Wuuu. Ja. Da. Jolly Tuna. Ich seh dich. Oh. Hey. I'm ready to start. I'm ready to start. Mann. Ja. Haben wir was gestartet? Hä, ich kann dich nicht berühren. Meine Hand löst sich auf. Ne, die Hände verschwinden. Och nein. Ich will dich streicheln. Es geht nicht. Ja, Manu, ich komm auf deine Höhe. Bin ich größer als du? Irgendwie schon ein bisschen, ne? Ja, ich bin auch in echt größer, oder? Ja, wie groß bist du? 1,90. Alter, bist du klein. 1,77. Ja, fein. Was? Das ist ja der Unterschied zwischen uns beiden? Ne, oder? Obwohl doch eigentlich schon, ne? Ja. Hallo. Hallo. Das ist ja dumm. Das ist ein bisschen blöd, dass wir uns nicht berühren dürfen. Ja. Aber vielleicht in einem anderen Spiel. Ich hab gedacht, endlich. In VR. Best Game. Guck mal, die Spiele ist Golgen. Score. Bestes Spiel. Oh, hast du gerade einen Score gemacht? Hui. Ja. Das beste Spiel. Eher. 120, 130. Hier. Manu. Hier, gib mir mal. Okay, hast du's? Oh. Oh. Wollen wir uns treffen? Wo ist er? Oh nein! Ich hab nur einen Schmerz! Nein! Nein! Du bist... Ja, genau! Genau! Was sagst du für ein Bullshit? Er teleportiert sich in mich rein. Okay. Komm, wir treffen uns unten. Okay, komm. Boah, hätt ich jetzt einen Bogen, ne? Oh nein, ich hab keinen... Hä? Hä? Sind wir beide tot? Ich bin auch gestorben. Hä? Ne, wie geht das? Warte noch! Warte noch! Warte, 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 ich geb dir auch was, ja? Okay, ich warte, ich warte. Hier, achte, guck. Frieden. Frieden. Siehste? Warte mal. Okay, kannst du um die Ecke gehen? Ich trau dir nicht. Komm noch her. Hä? Komm noch her. Okay. Oh! Ja! Nein! Nein! Warum stirbst du nicht? Ich hör vor allem die ganze Zeit was. Hey, schade! Nice! Ach, man! Nein! Ey, das... Ich bin auch tot! Ja! Warte mal, kann ich mich damit selber umbringen? Bist du da hinten? Siehst du den Pfeilregen? Game over! Ah, ist der vorbei. Red Team Winx! Oh Gott, der ganz... Oh Gott, der ganz... Oh, okay. Ja, GG, Manu. Ja, danke. Ey! Hä? Wie eklig ist ein Headshot! Fallen! Oh, sorry. Ich fang ihn! Ja! Kann ich hier? Oh! Warte mal, geh mal ein bisschen weg. Nein! Nein! Was mach ich nur mit dir? Nein! Nein! Wie liege ich? Du liegst im Boden! Warte! Ach, man liegt gar nicht! Was liegt im Boden? Oh Gott! Hilfe! Nein! Neh mich auf! Neh mich auf! Ah, du... Ah! 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 Das ist jetzt... Es ist nicht mehr... Ah! Ah! Okay, aber was gibt's denn da? Was lacht dich denn am ehesten an? Weiß ich nicht. Oh, Poké Park. Lass da mal rein. Den Kustator! Hallo, ich hab mich umgezogen. Du bist eine Frau? Ne, ich hab nur ein Kleid an. Ach so. Okay. Na gut. Oh, ein schöner Spring. Ja, ein Taubsi. Guck mal. Ach so, Pokémon. Oh, hier. Manu. Hier. Ich hab ein Pokéball. Fang du's Taubsi. Ich feuer dich an. Oder willst du nicht? Das ist ein Mieser Samen. Mieser Floor. Mieser... Mieser Floor. Ah! Ich fang den. Was bist du denn, Alter? Los, Pokéball! Guck mal, ich werf den erst mal so und dann... Ja, bei mir auch. Nein. Ich bin nur eine Zeitaufnahme. Hier, sieht das nicht sehr authentisch aus? Ich glaube, das ist gar kein echter. Ja, warte, ich mach einen Screenshot. So. Warte, warte, mach nochmal. Da ist jemand. Da, guck mal. Oh, wo? Hallo? Er kann fliegen. Oh, wo ist er in meinen Händen? Oh. Hallo? Das ist ein Ayo, Pet. Hallo? Alter, die redet. Ist die irgendwie zehn? Hörst du die? Don't mess with Pokéball, guys. Hallo? Hallo? Ich hab auch ein bisschen Angst. Can you hear me? Yeah. Grab the Pokéball. Get in. The Pokéball. Alter, das ist echt das Süßeste, was ich hier in VR gesehen habe. Don't mess with him. Hallo? Oh, sie winkt zurück. Ja, ja, sie schüttelt die Hände. Hallo? Oh, sie hat sich... Nein! Sie hat sich richtig durchgewortet. Warte, wir verfolgen sie. Warte, wir verfolgen sie. Oh Gott, nein, Markus. Warte, kann man das hochheben? Lisa kommt dir hoch. Nee, das große, glaube ich, nicht. Ah, sie holt einen Pokéball, glaube ich. Ich hole mich schon. Ja, nein. Aber wie fangen wir was? Der Kuba, was macht sie denn, Alter? Ich glaube, das geht gar nicht. Aber sie hat doch einen Bieser Samen. Die anderen kann man alle nicht bewegen. Echt nicht? Warte mal. Don't. Oh. Ich habe im Zeltes ein Riesenredaktor. Ups, holst mal Ei-Pokémon, okay? Okay, Daddy. Okay, Daddy. Ihr Vater ist da. Ach, cool. Da zeigt der Vater ihr VR. Game over. Was? Was ist denn für ein Spiel? Wir haben verloren. Sie hat gewonnen. The game is over. Ja. Leider. Gut gespielt. Warte mal, ich schenke ihr mal einen Taubsi, falls das geht. Vielleicht. Ja, ich habe es. Ich habe einen Taubsi. Aber wie kann sie fliegen? Hier. Da. Hier. Nimm es doch. Da. Nimm das Taubsi. Sie rennt einfach weg. Da. Hier. Hier, Manu. Hier sind die Spiele. Was? Hier, nimm. Oh Gott, es ist ertrinkt. Nein. Es ist ertrinkt. Nicht. Hier. Da. No. Sie glänzt zusammen. Sie wirft es weg. Okay. Don't taste my bubblegum. Please. Take the best. Au, zieh mich gerade. Hilfe. Guck mal, wenn du hier hingehst, dann erscheint so ein Ding. Host only. Ach so, da. Ach so. Start. Ich drücke mal Start. Okay, ja, du hast gestartet. Game on. Und was ist jetzt das Game? Hä? Guck mal, da hinten ist ein Onyx. Was? Oh nein. Das hat euer Dings getötet. Ja. Oh. Oh, es ist tot. Das ist ein Kadabra. Oh Gott. Oh. Hä? Was tut es denn? Was hast du getan? Es ist aufgestanden. Und ich wollte mich erschlagen. Hier. Nein. Ah. Ja, das geschieht dir recht, du mieses Schwein. Oh nein. Was machst du denn? Ich bin... Ich bin so verraten. Oh. Weg mit dir. Oh. Weg mit dir. Hallo? Beschütz mich. Das kann ich... Abrakadabra, oder wie du heißt. Ich kann sie werfen. Da. Lol. Es fliegt. Das war ein Schuss in den Ofen. Da oben ist der Ballon. Oh. Hä? Team Rocket? Das ist ein Pikachu. Warte. Ich höre das Pikachu mit. Das geht nicht. Schade. Oh, ein Smetbo. Ja. Was will sie von mir? Ich verstehe sie nicht. That's your catchball. Hä? Ich schweb. Ich bin auf dem Mirabler. Wie? Ach so. Mann, ich will auch. Oh Gott. Das kann doch nicht... Warum kann man die nicht... Also, das wäre halt das Mindeste, ne? Das verstehe ich auch nicht. Ja. Da. Hallo. Warte. Warte, ich gebe es ihm. Hier. Nimm. Ein Blutzuck. Hä? Es schwebt irgendwie an mir dran. Hä? Guck mal. Das... Was? Hilfe. Hilfe. Mach es weg. Ich hab's. Danke. Okay. Okay. Hier. Ah. Ja, Pokémon kann man werfen. Gut zu wissen. Die Pokébälle nicht, aber die Pokémon. Ja, vielleicht müssen wir die Pokémon auf den Pokéball werfen. Ja, fangen. Ja, wir machen Pokémon werfen. Alter, das war hoch. Ich habe Angst, dass ich meine Lampe kaputt mache. Werf zu mir. Oh. Oh Gott. Die armen Viecher. Ich habe auch im Reddit gesehen, dass Paar schon auslöst in ihre Haustiere geschlagen haben. Oh. Das könnte ein neues Game werden. Oh doch. Ja. Und? Warte. Fang. Was hast du denn hier? Ein paar Stifte oder was? Ja. Warte mal. Da. Da ist er weg. Genau wie der. Hä? Ah. Hier, ein Autogramm für dich. Mein Stift ist defekt. Nee, auf der. Du hast es auf der anderen Seite gemalt. Guckst du dir an. Bei mir ist es leer. Hä? Nee, bei mir ist es leer. Echt? Es ist komplett leer, ja. Ah. 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 Senpai. Oh. Oh. Das ist aber traurig. Ah. 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 Oh Gott. Was habe ich gehauen? Hä? Boah, da hinten die Scheiben. Ich brauche einen größeren Raus. Oh Gott. Ich muss wohl doch umziehen. Ja. Nur für VR. Und wenn ihr hier wieder reinkommt, der Typ denkt ja sicher auch, was ist passiert. Das wird bestimmt gesettet. Glaub ich auch. Warte, es geht los. Was müssen wir machen? Keine Ahnung. Ach, wir müssen hin und her schlagen oder was? Ja, da bei dir ist der Ball. Hä? Ha. Ach, da war der schnell. Ja. Jetzt ist er bei dir. Oh Gott. Nein. Ja. Ah. Nein. Ich habe nichts geschlagen. Nein. Mist. Go. Nein. Mist, viel zu gut. Goal. Hä? Nein. Ja. Game over. Hab ich gewonnen? 4 zu 5. Du hast gewonnen. Ich hab gewonnen. Ah, guck mal. Hä? Ich hab... Ich hab ein Geschenk bekommen. Ich auch. 50.000. Ah, guck mal. Ihr. Was ist das? Manu, ich film dich. Guck mal. Nein. Nein. Hast du noch eine Kamera? Warte. Ja, ich film dich. Oh. Oh, das ist so geil. Hallo. Hallo. Hey meine lieben Freunde. Ich möchte gerne ein Interview machen. Warte. Nein. Ich mach ihn wieder mit dir. Warte. Ist die Kamera an? Sieht man mich? Hallo? Wo bist du? Ah, da. Hallo meine lieben Minecraft-Freunde. Hallo. Heute sehen wir den Maudado zum ersten Mal. Sag doch mal Hallo. Hallo. Ich bin's Maudado. Ich muss den leider zensieren. Ich möchte. Ich möchte auch. Ich möchte ein schönen Displays Video. Hier. Komm mal ein bisschen näher. Geht das? Oh Gott. Oh ja. Ey, das ist echt geil. Was machen wir heute in diesem tollen Vlog? Ja, komm. Hast du mal deine Kamera? Hallo? Wo bist du? Ah, du bist in mir, ne? Ne, ich hab die... Ach, hier ist sie. Warte, so macht man das, ne? Oh Gott. Warte, ich muss mich. Hey meine lieben Freunde. Den guten Unterhaltung. Heute sehen wir mal die Spielhalle von innen. Hallo. Hallo. Heute machen mich auch einen Vlog. Guck mal, wir sind Vlogbros. Ja. Ich seh's. Guck mal, wir gehen jetzt Tennis spielen. Und der Gewinner darf eine Strafe für den Anderen aussuchen. Guck mal, wie das aussieht. Warte noch nicht. Hier, guck mal. Hm, nice. Warte, warte. Was denn das gelernt? Ich muss es... Okay. Hab ich mir selber beigebracht. Haha. Du Cheater. Was? Ja! Ich bin einfach zu schlecht in dem Spiel. Oh. Boah, der war echt langsam. Ja. Und... Und... Nein. Ja! Ich gewinn! Oh Gott. Du musst am Ende Scheiße essen. Als Bestrafung. Oh! Nein! Ja! Oh Gott, wie steht's? Game over! Ach, ich hab gewonnen. Du hast gewonnen? Und Scheiße essen? Wie war das? Nein, 5 zu 4. Nee, 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 nee. War... War ein Witz. Ja. Ein Prank. Oh, ich hab wieder was bekommen als Belohnung. Echt? Ich nicht. 50 Token. Ich nicht. Ja, ich hab auch gewonnen. Okay! Dann bewerte mal das Video. Schaut auf jeden Fall noch bei Maudado vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann!